Mein Name ist Großgrüner, ich komme ursprünglich aus der Nähe von Stuttgart, bin mittlerweile 44 Jahre alt. Wir haben gemerkt, es gibt einfach keine gute privaten Füttebar und dann haben wir gesagt, okay, wir wollen auf jeden Fall hochwertige Drinks machen mit den besten Zutaten und gleichzeitig noch irgendwie auch die Freiburger abholen damit. Deutschland war es für mich noch nie so das Cocktail-Land, aber ich habe schon gemerkt, in den letzten Jahren holt es auf und ich glaube, es wird auch in der Zukunft ein bisschen mehr werden, also es werden immer mehr Bars auch in Restaurants etabliert. So mein Special Skill ist, dass ich unglaublich gut Geschirrspülmaschinen aus- und einräumen kann. Mein Lieblingscocktail ist auf jeden Fall der Daikiri. Daikiri deshalb ist ganz einfach, nur drei Zutaten, ist rum drin, das mag ich sehr, aber es ist für mich natürlich auch gleichzeitig immer so ein Test, um zu gucken, wie andere Barleute auch den Drink hinbekommen, weil man kann gerade bei drei Zutaten auch ganz viele Fehler machen. Also eine direkte Lieblingsbar habe ich nicht. Aber wenn ich mir jetzt nur eine aussuchen dürfte, wo ich immer gerne bin, weil ich es einfach lieb dort und weil es halt auch Leute sind, mit denen ich es saugut kann, dann ist es in Berlin die Bußbar. Also Freiburg für mich in drei Wörtern ist verhindern und bewahren.